Ich habe ein Bild platziert. Es ist eingebettet und ich möchte daraus Vektoren machen und danach möchte ich das als Bildpinsel nutzen, um mir daraus so ein Aquarell zu malen. Genau, das Bild ist relativ klein. Ich gehe mal ins Verknüpfungen-Bedienfeld. Da sieht man ja alles, was man eingebettet hat oder platziert hat, je nachdem. Also Verknüpfungen-Bedienfeld und da sehe ich mein Bild und auch die Information dazu, wenn ich hier aufklappe. Das hat 1300 x 1100 Pixel. Also es sollte nicht zu groß sein beim Bildnachzeichner, weil sonst der Rechner halt sehr viel zu tun hat. So, ich mache den Bildnachzeichner an und er schmeißt mir die erste Vorschau aus. Es gibt das Bedienfeld Bildnachzeichner hier. Da kann ich dann die Vorgabe verändern. Wenn ich die hohe Fototreue hier nehme, das erste, dann entstehen relativ viele Farben und auch Ankerpunkte. Aber es sieht natürlich dann sehr gut aus. Das ist jetzt, das ist nicht die Anzahl der Farben, sondern das ist die Farbgenauigkeit in Prozent. Die Anzahl der Farben sind hier 18.496. Also das ist schon noch eine ganz andere Ausnummer, sozusagen. Also ich nehme das jetzt mal hier runter auf, sagen wir mal 20, 30 Prozent. Dann geht es noch mal los mit der Rechnerei. Dann habe ich jetzt nur noch 1000 Farben. Das soll mal gut sein. Und dann kann ich eben das Ganze auf Umwandeln stellen. Ja, also man kann sich hier verschiedene Vorlagen ausgucken, ausprobieren. Jetzt habe ich schon wieder was verändert. Also rechne da wieder durch. So, man hat hier verschiedene Modi, Farbe, Graustufen oder Schwarz-Weiß. Man kann sich eine Palette einrichten, Vollton, Dokumentbibliothek, einfache Farben. Das sind also praktisch Paletten, die ich hier gerade offen habe. Ich muss mal gucken in die Dokumentbibliothek rein. Da wird die Bibliothek zur Grundlage genommen. Mal sehen. Sind dann 30 Farben. Also offensichtlich sind in meiner Dokumentbibliothek gerade 30 Farben drin. Mal gucken, ob das wirklich auch 30 sind. Also 7 pro Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnte schon hinkommen, dass es ungefähr 30 Farben sind. Wenn ich in die Bibliothek was anderes lege, also ich lösche die mal alle und gebe mal was anderes rein hier. Also sagen wir mal Kunstgeschichte, Pop Art. So, packe die alle, die ganzen Gruppen hier und lege die alle rein. Dann sage ich jetzt noch mal Palette Dokumentbibliothek. Und muss ich irgendwas aktualisieren? Eigentlich nicht. Also Modus Farbe, Palette Dokumentbibliothek und zwar alle Farben. Hier könnte ich jetzt eben auch sagen bestimmte Farben nehmen, also aus einer Farbgruppe. Jetzt habe ich nur eine Farbgruppe genommen aus meinen Pop Art Farben und kann die Farbgruppe hier zugrunde legen für meine Neuberechnung. Große Änderung ist eigentlich nicht zu sehen. Es sind immer noch 30 Farben und das ist dann eigentlich egal. Da müsste jetzt hier ein anderes Ergebnis rauskommen. Vorschein nochmal raus und wieder rein. Scheint sich nichts zu ändern. Also das ist erstmal egal. Es sind immer noch 30 Farben. Das heißt, die Palette, Modus Farbe, Ansicht, Nachzeichenergebnis, klar. Vorgabe ist jetzt Benutzer definiert. Das ist auch klar. Das sind die einzigen Optionen, die ich hier habe. Quellbild. Also so sah das Quellbild aus. So sieht das Ergebnis aus. Kann ich draufdrücken. Ne, mehr kann ich hier nicht machen. Muss mal gucken. Nehmen wir jetzt mal noch hier so eine andere Farbgruppe. Nur drei, aus drei Farben bestehend. Keine Änderung in Sicht. Wenn ich mein Modus, ne Dokumente, ich sag mal automatisch oder gehe mal jetzt auf Popart hier drauf. Dokumentbibliothek, Farben, Popart. Ah ja, jetzt hat sich hier was verändert. Also genau. Dokumentbibliothek bleibt gleich. Also da macht er gar nichts. Aber bei den Farbgruppen, die ich hier jetzt habe, da verändert sich schon was. Jetzt muss ich nochmal eine andere Farbgruppe nehmen. Meine Farbfelder gehen. Gehe jetzt in die Bibliothek. Ich sage mal Kunstgeschichte. Nehmen wir mal prähistorisch. Und lege sozusagen. Achso, die ist jetzt gerade offen. Ich schaue mal, ob die dann hier schon. Ah ja, jetzt ist sie da. Also ich habe sie nur öffnen müssen. Kann sie jetzt hier anwählen. Und schaue gleich mal, ob bei prähistorisch sich da was ändert. Ja, die Anzahl der Farben ändert sich und es ändert sich auch das Ergebnis. Und zwar kolossal. Also ich muss eine Bibliothek sozusagen einfach nur geöffnet haben. Und dann kann ich hier quasi die Palette auswählen. Also wenn ich eine andere Bibliothek öffne, ich würde auch nochmal hier Bibliothek öffnen, dann könnte ich jetzt auch, ja, meinetwegen nehmen wir mal eine Renaissance. Auch ganz interessant. Ist jetzt geöffnet. Jetzt habe ich Renaissance hier zur Verfügung. Und dann fällt das Ergebnis danach aus. Funktion ist eigentlich so ähnlich wie bei dem Interaktiv umfärben. Und da kommen natürlich nochmal ganz andere Ergebnisse raus als vorher. Nun gut, ich sage jetzt einfach mal umwandeln. Und das wäre natürlich gut, wenn man jetzt mehrere Beispiele hätte von dem Ursprungsbild. Da muss man natürlich vorher das Ursprungsbild kopieren. Also wenn ich jetzt das nehme, das ist ja noch nicht umgewandelt, und jetzt eine Kopie mache mit gedrückter Alt. Dann kann ich das Beispiel umwandeln. So. Wird jetzt tatsächlich in Pfade umgewandelt. Genau. Jetzt hätte ich aber hier eine andere Palette genommen. Jetzt nehme ich mal hier Prähistorisch oder Popart. Genau. Da kommt was anderes bei rum. Habe ich hier einmal Popart, einmal Prähistorisch. Hier ist es schon umgewandelt, hier noch nicht. Genau. Ich kann mal gucken, dass ich jetzt meine Arbeits-, meine Zeichenfläche etwas vergrößere. Dann, genau, kann ich natürlich noch andere Varianten davon machen. Also mit gedrückter Alt-Taste eine Kopie. Dann hier in den Bildnachzeichner. Ich hätte gerne die Popart ebenfalls abgespeichert als hier neue Vorgabe. Dann nenne ich das Popart. So, okay. Nächste Bibliothek. Naja, und so weiter und so fort. Also man kann hier wirklich die ganzen Paletten natürlich durchtesten. Müssen natürlich immer Bibliotheken sein, die auch wirklich Farben enthalten. Nehmen wir mal Spielzeug noch. Dann habe ich also hier in der Liste Palette noch Thema Spielzeug. Ich habe jetzt also Spielzeug. Ist eigentlich gar nicht so groß anders als Popart, muss man sagen. Also die beiden ähneln sich doch stark. Popart und Spielzeug, ja doch sehr ähnlich. Genau, kann die Farben natürlich dort auch noch begrenzen. Also alle oder eben nur, sag mal nur, nur die nehmen. Wobei ich da nicht, jetzt habe ich hier 47 Farben, jetzt habe ich nur 9. Ah ja, doch, es geht. Hier habe ich schon umgewandelt, hier noch nicht. Also hier wäre Popart, ist jetzt auf alle Farben beschränkt. Ich nehme jetzt mal nur die 3 da oben, zum Beispiel, die da. Dann müsste das ja eigentlich, ja doch, es funktioniert. Ich mache noch eine Kopie. Noch eine Kopie. Mit gedrückter Alt nehme jetzt mal. Naja, also Modus Farbe ist schon besser. Graustuppen und Schwarz-Weiß würde jetzt in dem Fall ja nichts bringen. Nicht so viele. Ich befinde mich in der Palette Spielzeug und ich kann da eben bestimmte Sachen draus suchen. Bei Renaissance zum Beispiel gab es ja auch verschiedene Farbgruppen. Gehe ich nochmal da rein. So, und nehme jetzt nicht alle Farben von der Renaissance-Abteilung, sondern sagen wir mal vielleicht nur diese da. Das sind jetzt 6 Stück, glaube ich. Genau, jetzt hatte ich noch 33 Farben. Jetzt habe ich nur noch 6 Farben. Man sieht Renaissance vollständig, Renaissance auf 6 Farben reduziert. Ja, und solange ich nicht umwandle, ist das natürlich immer noch eigentlich ein Bild mit einer Vorschau sozusagen. Sobald ich umwandle, wird es dann tatsächlich ein Vektor, eine Vektorgrafik. Ich wandle die jetzt mal umwandle die mal um und kann sie dann weiter bearbeiten. Also, ich mache hier nicht umwandle die vektor. Ich spüre das mal umwandle. Sobald ich noch eine Vektor. Ich spüre das mal umwandle. Vielen Dank.